Hallo und herzlich willkommen bei Kirschnermeister Lars Paustian. Lars Paustian und sein Team haben sich auf die Herstellung von hochwertigsten Pelzprodukten spezialisiert. Verkauft werden die Produkte in seinem Atelier in Kiel und über seine Internetshops. Im folgenden werden wir Ihnen unter anderem die Produktion einer Thornleitdecke in unserer hauseigenen Werkstatt zeigen. Alle unsere Produkte werden hier von qualifizierten Fachkräften angefertigt. Auf dem Tisch sehen Sie gerade kanadische Goldzobel und russische Bargusinzobel. Zobel sind die edelsten Fälle, die es gibt. Im Gegensatz zu den Zobelfellen handelt es sich bei diesen Füchsen um skandinavische Zuchtware und nicht um Wildware. Die Fälle stammen von Saga, einem der besten Zuchtverbände weltweit. Alle Farben sind durch die Zucht möglich und alle Füchse, die hier gezeigt werden, entsprechen dem neuen UA-Zertifikat. Anhand dieser Thornleitfüchse werde ich Ihnen gleich zeigen, wie eine Pelzdecke hergestellt wird. Der erste Schritt ist das Abgleichen. Beim Abgleichen wird überflüssiges Fellmaterial entfernt. Ziel des Abgleichens ist, eine gleichmäßige Fläche für die Weiterverarbeitung zu bekommen. Schritt 2 ist das Anbrachen. Unter Anbrachen verstehen wir das Untersuchen des Fells auf eventuelle Schadstellen. Diese werden dann mit Hilfe eines Kirschner Messers entfernt. Jetzt folgt der dritte Schritt, das Sortieren der Fälle nach Farbe. Dies geschieht, um einen gleichmäßigen Farbverlauf in der fertigen Decke zu erhalten. Schritt 4 ist das Zusammennähen der Fälle. Hier sehen Sie eine spezielle Pelznähmaschine. Sie ist ausschließlich zum Nähen von Pelzen geeignet. Durch das Nähen mit dieser Nähtechnik wird erreicht, dass von der Fellseite die Naht nicht sichtbar ist. Im fünften Schritt wird die Fellfläche angefeuchtet. Das macht man, um sie geschmeidig und dehnbar zu machen. Wenn die Fläche angefeuchtet ist, muss sie erst einmal 10 bis 15 Minuten fatten, damit das Leder das Wasser aufnehmen kann. Im sechsten Schritt wird die Fellfläche aufgezweckt. Zwecken ist nichts anderes als festtackern. Damit wird die Pelzdecke in ihre endgültige Form gebracht. Die Fellflächen kommen jetzt in die Läutertrommel, in der sie mit Holzspänen und Reinigungsmitteln drehen. Dadurch werden lose Schnitthaare aus dem Fell entfernt. Durch das Durchwalken in der Läutertrommel wird das Fell glänzend und das Leder weich. Nach einer Stunde werden die Späne wieder ausgeläutert. Dafür werden die Türen der Trommel gegen Gittertüren getauscht. Der gesamte Läuterprozess dauert ca. 3 Stunden. Jetzt kommen die letzten Schritte der Endausfertigung. Um die Decke noch kuscheliger zu machen, kommt als erstes eine Schicht hochwertiger Vateline zwischen Pelz und Wollstoff. Die Vateline besteht zu 100% aus Wolle. Zu guter Letzt bekommt die Decke ihr weiches Rückfutter. Das wird an die Deckengröße angeglichen und anschließend mit dem Fell vernäht. Je nach Kundenwunsch verarbeiten wir Wollstoffe, Seidenstoffe oder Kaschmir. Neben Neuanfertigungen bieten wir unseren Kunden auch die Umarbeitung ihrer alten, unmodernen Pelze an. Dazu nehmen wir z.B. einen Pelzmantel komplett auseinander. Alles, was nicht Pelz ist, wird entfernt und später erneuert. Nachdem wir den Mantel in seine Einzelteile zerlegt haben, kommt er in die Reinigung. Wie schon bei den Fawnlight-Füchsen werden die Pelze vor der Weiterverarbeitung gründlich gereinigt. Damit entfernen wir sämtliche schlechten Gerüche und Verunreinigungen, die sich im Laufe der Zeit im Pelz festgesetzt haben. Jetzt können wir für unseren Kunden aus seinen Fällen unterschiedlichste tolle neue Produkte kreieren. Hier z.B. eine Nerzdecke, die wir aus zwei Mänteln angefertigt haben. Durch Veredlungstechniken wie Scheren, Rupfen oder Färben können wir dem Pelz eine ganz neue Optik und Qualität geben. Scheren und Rupfen machen den Pelz zudem erheblich leichter, sodass er sich hervorragend als Innenfutter eignet. Hier sehen Sie nun die fertige Fawnlight-Decke. Solch eine Top-Qualität erreicht man nur mit ausgesuchter Ware. Da wir dem OA-Verband angehören, können wir Ihnen diese Qualität garantieren. Weitere Decken, die wir aus OA-Ware gefertigt haben, sind z.B. Golden Island Fuchs, Silberfuchs und Weißer Shadowfuchs. Wir würden uns freuen, Sie in unserem Geschäft hier in Kiel begrüßen zu dürfen oder Sie online auf paustianpelze.de zu treffen.